Herzlich Willkommen bei Elkoholz. Bitte treten Sie ein. Wir hier bei der Firma Elko haben es uns zum Ziel gesetzt, besonders hochwertige, ökologische und nachhaltig produzierte Materialien anzubieten. Das Besondere an unserer Firma ist sicherlich, dass wir eine hervorragende Auswahl außergewöhnlicher, ökologisch und qualitativ hochwertiger Produkte anbieten, die sie in dieser Vielfalt woanders nicht bekommen können. Was uns von größeren Unternehmen unterscheidet, ist sicherlich die Nähe zu unseren Kunden. Unsere Kunden stehen auch nach dem Kauf nicht alleine da, denn über Pflegeprodukte, professionelle Pflege, die wir ihnen anbieten, die wir auch für sie gerne ausführen, sind wir auch bis zur Renovierung des Bodens nach Jahren für sie da. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass unser Holz nicht einen weiten Reiseweg hat, sondern möchten regionale Wirtschaftskreisläufe stärken und beziehen unser Holz nur aus rheinischen Wäldern. Unser Lieferservice absolut ökologisch. Bis weitermachen, tschüss! Beurteilung von einem Lauf- und Tö Hope